Ja, wir sind mitten in der Europameisterschaft, darunter leidet natürlich auch unser Filmkonsum. Sevi, bei dir nichts anderes wie bei mir, gell? Nein, also mitten am ersten Spieltag, weil ich bin ja großer Italien-Fan und da hat Italien gleich einmal aufgedreht und dann war ich schon voll im Hype und seitdem ist dieser Hype auch nicht weniger geworden. Und da hat leider meine Liebe zum Film darunter nicht gelitten, weil die hat natürlich nicht abgenommen. Aber ja, die Aktivität ein bisschen und Produktivität diesbezüglich, aber das wird nach der EM sicher wieder bergauf gehen. Man konsumiert etwas weniger, so geht es mir im Moment auch. Aber es ist gut für diese Episode, die jetzt ja vor uns liegt. Wir haben schon vieles gesehen heuer, das wird uns heute sicher zugutekommen. So viel dürfen wir verraten an der Stelle. Bevor wir jetzt wirklich offiziell rein starten, Urlaub steht vor der Tür. Hast du im Sommer irgendeinen Urlaub geplant heuer? Urlaub, also im Juli habe ich ein Praktikum in Wien bei der Wiener Zeitung. Das ist ein guter Zeit und ein Funfact, das ist die älteste Tageszeitung, ich glaube, in Europa. Das habe ich bis vor kurzem auch nicht gewusst, das ist eigentlich recht cool, finde ich. Ja, genau, und dort bin ich jetzt den ganzen Juli. Also da bin ich eh gut beschäftigt, da ist es eher nichts mit Urlaub. Aber im August dann fahre ich wahrscheinlich für ein paar Tage in die Schweiz zu meiner lieben Schwester, die ist nämlich dort wohnhaft. Und mit meiner besten Freundin habe ich vor, nach Kopenhagen zu fliegen, aber schauen wir mal, wie, oder zu fahren, schauen wir mal, wie das aufgeht. Das kann man eh relativ spontan, glaube ich, buchen. Und sonst, im September fahre ich dann mit meinen Eltern noch eine Woche nach Griechenland, weil, ja, ich bin zwar schon aus dem Alter draußen, wo man mit den Eltern wo hinfährt, aber das kann ich mir nicht entgehen lassen, vor allem, weil ich noch nie in Griechenland war. Ah ja, tatsächlich. Genau, das gehört dann, finde ich, schon dazu, zu einem klassischen österreichischen Touristen. Also, ja, ich muss... Du bist ja so ein Österreicher, wenn du in Griechenland warst. Ich glaube auch, ja. Und ich muss ein bisschen das aufholen, was letztes Jahr nicht möglich war. Und darauf freue ich mich ja schon. Aber bis August ist erst einmal nichts mit Urlaub, aus bekannten Gründen. Aber das passt schon so. Also ein bisschen Geld dazu verdienen, damit es dann im Urlaub ein bisschen leichter geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und derweil hauen ja die Temperaturen auch bei uns in Österreich ein bisschen zu gut hin, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist eben, darf dann... Ja. Also so 5, 6 Grad weniger wäre dann schön. Okay. Wenn du in Urlaub fährst, bist du auch ein Mensch, der auch im Urlaub ins Kino geht? Also, gehört das für dich zu einem Urlaub dazu? Oder hast du das schon so praktiziert? Oder machst du das nicht? Wie du weißt, Martin, das haben wir, glaube ich, in den ersten Folgen auch schon angesprochen, bin ich ja erst seit letztem Jahr eigentlich wirklich in der ganzen Film-Bubble drinnen. Und seit letztem Jahr war halt nicht so viel Urlaub möglich. Also, innerhalb von Österreich bin ich gut herumgekommen letzten Sommer. Also, ich war sicher in jedem Bundesland einmal mindestens, was cool war. Ein bisschen so eine Rundtour auf mehrere Monate verteilt. Und da war ich schon ein, zwei Mal im Kino, aber das war halt nicht außerhalb von Österreich, leider. Aber sobald es halt wieder geht, werde ich das absolut in Erwägung ziehen und auch mal untermachen, weil darauf habe ich ja schon Lust, die ganze Kino, Landschaft und Kultur kennenzulernen. Aber bis jetzt schaut es eher düster aus, diesbezüglich. Ich bin mir sicher, dass du da deutlich spannendere Anekdoten und Erzählungen zu liefern hast. Spannende Anekdote, naja, also ich habe ja vor einer Mannschaft, die in Großbritannien lebt, also in Nordengland genauer gesagt. Und da sind wir dann tatsächlich schon ein wenig herumgekommen. Ich kann mich erinnern vor, ja, wann war das jetzt, 2016, wenn ich mich ganz richtig jetzt erinnere. Ja, da waren wir damals draußen bei meiner Uroma tatsächlich, die wohnt in Lancaster. Das ist Nordengland, Richtung schottische Grenze rauf. Bereits, also im Lake District. Und dort gibt es eine Stadt oder so ein kleines Hafenstädtchen, so eine Art sommerfrische Städtchen. Das nennt sich Mallcamp und es ist mittlerweile schon sehr verlassen. Es war einmal früher so ein Ort Seebad, so wie es Brighton jetzt ist in Südengland. Und dort, also es gibt dort noch diese Glücksspielhallen und es gibt dort noch so diese alten Flohmärkte und so. Die kann man nach wie vor dort besichtigen und dort sind wir gewesen. Und dort gibt es auch ein relativ cooles, altes Kino. Und ich meine, der Film war schlecht. Wir waren da damals das Suicide Squad damals. Oh, okay. Aber das Kino war cool. Aber das Kino war richtig geil. Das war so richtig cool. All das abgranzte ist mit so Filzsesseln noch. Also echt cool. Sowas mag ich total gern. An das kann ich mich erinnern. Und ich kann mich auch an einen Malta-Urlaub erinnern, wo ich einmal im Kino war. Damals für 1,50 Euro, glaube ich. Dort haben so Filme gezeigt vom letzten, also vom vergangenen Jahr. Das aber cool war, weil ich war, ich frage mich, welcher Film das war. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Wird jetzt nicht so ein guter gewesen sein wahrscheinlich. Aber ist mir damals sehr gut reingefallen, weil ich tatsächlich diesen Film, den ich damals gesehen habe. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Aber den habe ich damals noch nicht gesehen gehabt. Und das war dann cool. Das hat dann gut gepasst. Also so viele Dinge, Erfahrungen aus Urlaubskino. Ich glaube, da hat man dann doch vielleicht meistens auch anderes zu tun. Also ich kann mich erinnern, als ich in Amerika war, vor drei Jahren mit meinen Eltern, habe ich auch mehr, also natürlich weniger Film geschaut, logischerweise. Damals war ich außerdem noch nicht so der Film-Fan. Aber man hat halt eher, keine Ahnung, so vorm Schlafen gehen oder wenn halt ein bisschen Zeit war, am Tablet oder am Laptop, wie auf Netflix, irgendwas geschaut, aber ins Kino gehen direkt, ist halt nochmal was anderes. Aber vor allem, das bereue ich ein bisschen, weil in Amerika ist Kino, das Kinoerlebnis glaube ich nochmal was ganz Besonderes. Ja. Aber das wird sich sicher schon wieder irgendwann ergeben, dass man das dann macht. Aber freilich. Aber freilich. Freilich. Eine gute Möglichkeit, was man auch sonst im Urlaub noch tun kann, am Abend, wenn vielleicht auch schon die Kinos zu sein, eine Podcast-Episode von uns auch noch auch. Und damit herzlich willkommen zu... Die Überleitungen sind gut, oder? Ja, vielen Dank. Schön. Herzlich willkommen zur neuesten Episode unseres Film-Podcasts. Cinema Plaradiso mit mir, dem Martin und dem Sevi, wieder zugeschaltet aus Graz. Grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid, mitten in, wie gesagt, Europameisterschaftszeiten. Wir lassen trotzdem nicht locker, wir beschäftigen uns nach wie vor mit dem Thema Film und haben uns für heute einen Aufhänger ausgesucht, der vielleicht doch für einige durchaus interessant sein könnte, vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo die Temperaturen richtig schön hochklettern. Denn wenn die Temperaturen so sind, sucht man sich doch recht gerne mal die Abkühlung in einem dunklen, klimatisierten Kinosaal. Und damit man so ein bisschen den Überblick behält, was wartet denn so jetzt auf uns? Denn Corona hat ja vieles verändert im Kalender. Und wir uns gedacht, wir geben euch einen kleinen Überblick, nachdem wir schon ein bisschen mehr gesehen haben, als so der durchschnittliche Kino-Konsument in Österreich, haben wir da vielleicht ein bisschen einen Infovorsprung. Bevor wir das allerdings machen, gibt es trotz Europameisterschaftszeiten irgendeinen Film, über den du sprechen möchtest, ganz aktuell. Ich habe wieder ein Klassikapparat, den ich in den letzten zwei Wochen mal gesehen habe. Das letzte Mal war es ja der schmale Grat. Und dieses Mal ist es wieder ein Kriegsfilm, nämlich Platoon von Oliver Stone. Ich habe deine Review auf Letterboxd gelesen, sehr cool. Erzähl ein bisschen was. Du bist ja up to date dann immer. Ja, also ich muss sagen, Kopf an Kopf rein. Mir hat Platoon tatsächlich ein bisschen an das schmale Grat erinnert. Er ist natürlich nicht ansatzweise so philosophisch und so, wie soll ich sagen, atmosphärisch, würde ich sagen. Er ist viel actionlastiger, deutlich realistischer, was den Krieg betrifft, glaube ich, weil es sind ja die Erfahrungen von Oliver Stone, die er selber im Vietnamkrieg gemacht hat. Das ist vielleicht nicht schlecht zu erwähnen, dass das im Vietnamkrieg spielt, in den 60er-Jahren, glaube ich. Und ja, insofern, weil Charlie Sheen ist da der Haupt, Sheen ist da mal, der ganz junger Charlie Sheen, ist da der Protagonist in dem Film. Was ich ziemlich lustig finde, weil sein Papa, der Martin Sheen, ist ja der Protagonist in Apocalypse Now, was zehn Jahre früher, glaube ich, entstanden ist. Das nur so nebenbei erwähnt. Das ist ganz wichtig zu wissen, ja. Genau, und Charlie Sheen ist halt Oliver Stone, sozusagen. Das haben auch viele Kritiker gesagt, das hat Oliver Stone selber gemeint. Und manchmal ist er auch durch eine Überstimme begleitet, wenn er zum Beispiel seiner Großmutter einen Brief schreibt, wie es ihm im Krieg so ergeht. Und ja, wirklich ähnlich wie der schmale Grat, finde ich. Der Horror, den die Soldaten da im Krieg erleben, ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Da braucht man nicht viel reden. Also in dem Film wird auch nicht allzu viel geredet. Es reicht absolut die Mimik, die Gestik, um sie nicht hineinversetzen zu können, weil das kennen wir nicht als Menschen, die das halt nie mitgemacht haben. Aber zumindest, um das ein bisschen nachvollziehen zu können. Und Platoon schaut natürlich auch mega aus für damals, also für damalige Zeiten. Und was William Dafoe, also es war, glaube ich, die erste große Rolle von William Dafoe, der mittlerweile, finde ich, der meist unterschätzteste Schauspieler ist, den es so gibt. Und dem man auch unbedingt mal einen Oscar oder so geben sollte, weil das hat er sich absolut verdient für seine Leistungen in den letzten Jahrzehnten. Eben so korrekt. Und was der da abliefert, aber dann viel mehr, ich habe jetzt den Namen von dem Schauspieler vergessen, weil der sonst nichts gemacht hat, aber, oder nicht so viel, kommt mir vor, der die Narben im Gesicht hat. Wie heißt denn der? Der ist bitterböse in dem Film, der ist der klare Antagonist. Ich schaue sofort noch. Du warst so in dem Mann, glaube ich. Natürlich, aber ich muss es genauso nachschauen jetzt. Also die hat... Beringer. Beringer. John Beringer. John Beringer, genau. Der ist noch besser, finde ich. Ich meine, ich liebe generell Antagonisten in Filmen, aber er ist da wirklich so authentisch, finde ich. Und ich kann mir genau vorstellen, wie so die Gegensätze William Dafoe und eben er sie so verhalten haben. Weil der William Dafoe eher so der Leichtfertige, der gerne mal zum Weed greift und sie ein bisschen gehen lässt. Und der andere, der das halt mit purer Brutalität und sogar Verrat, kleiner Spoiler am Rande, zu bewältigen versucht. Das habe ich super interessant gefunden. Und das macht Platoon auch für mich aus. Einfach die verschiedenen Facetten aus den Perspektiven der Soldaten. Deswegen habe ich den Film auch echt cool gefunden. Und wie gesagt, man muss solche Filme, finde ich, sowieso Klassiker, immer in ihrer damaligen Zeit bewerten und messen, was ich halt versuche, immer zu tun bei meinen Kritiken. Ich glaube, wenn ich das als Zuschauer aus der heutigen Zeit, der halt keine Ahnung hat, wie Filme damals funktioniert haben und Filme machen, hätte ich den Film, glaube ich, nicht so gut gefunden. Genauso der schmale Grat. Deswegen, ja. Aber durch, dass ich das mir halt angeeignet habe, kann ich sagen, Platoon ist echt cool und das ist ein Film, das ist der schmale Grat nicht, finde ich. Platoon ist ein Film, den man sich mehrmals anschauen kann. Und es ist jedes Mal, ich will nicht sagen was Neues, aber es ist jedes Mal unterhaltsam und nicht repetitiv. Stimmt, der hat irrsinnig Rewatchability Factor. Und er hat eine der most memorizing Scenes der Filmgeschichte, würde ich sagen. Ich glaube, du warst, also das Cover von dem Filmplakat. Ja, natürlich. Das Filmplakat. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Also, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, du holst jetzt quasi Kriegsklassiker nach. Das finde ich irgendwie spannend. Der nächste ist dann, die durch die Hölle gehen, glaube ich. Oh, 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 spannend. Okay, da bin ich dann sehr, sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Apocalypse Now hast du schon konsumiert? Nein, ich weiß, du liebst den Film. Der steht natürlich auch weit oben auf der Liste. Ist ja auch ein Kriegsfilm, deswegen. Unbedingt Final Cut, gell? Weil da muss man aufpassen bei den Cuts. Passt. Merk ich mal. Ist notiert. Super. Final Cut ist the way to go. Cool. Okay, sehr gut. Ich habe mich tatsächlich auf Netflix kurz ein bisschen rumgetrieben und habe da zwei Filme nachgeholt, jeweils die Reviews bereits auf unserer Homepage www.utss.at zu finden. Zwei Sätze ganz kurz dazu. Der erste war Awake. Das ist der neueste Versuch von Netflix, irgendwie wieder so ein Mystery, Sci-Fi, Thriller, irgendein so ein Hybridwerk irgendwo zu promoten. Ne. Also ich war alles andere als begeistert von diesem Film. Erstens, ich finde die Ausgangslage, finde ich nämlich tatsächlich sehr, sehr spannend. Es geht darum, so ähnlich wie Bird Box, so in der Sphäre arbeitet der und mit dem Anunterschied dass plötzlich nach einem Stromausfall beziehungsweise nach einem Elektrizitätszusammenbruch können die Menschen nicht mehr schlafen und gewisse können es aber und dann ist großes Mysterium warum und so weiter und so fort. Ich habe den Rotsfahrt gefunden, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr, sehr schade, dass so kleine Blinzler kommen dann raus, wo du merkst, aha, da hätte man sich jetzt etwas gedacht, aber kriegt es halt nicht fertig. Und der zweite Film, den ich mir angeschaut habe, den habe ich ein bisschen besser gefunden tatsächlich, nicht wirklich sehr gut, aber durchaus anschaubar war Blue Miracle. ist eine True Story, True Family Drama mit dem Dennis Quaid in der Hauptrolle und wenn man den Namen hört, weiß man eigentlich eh schon, was einem so erwartet. Das ist grundsolide. Das ist eine wahre Geschichte über ein weißen Haus, dessen Bewohner plus Betreuer gemeinsam mit einem knautschigen Kapitän, gespielt von eben Dennis Quaid, an einem Anglerwettbewerb teilnehmen. Klingt erstens mal total angeln halt, aber genau das hebt den Film ein bisschen ab. Es ist im Grunde ein Sports-Drama wie 100.000 Mal gesehen, aber das Angeln macht es irgendwie ein bisschen interessant und der schaut lieb aus, das kann man machen, ist aber jetzt, also man kann ihn auch ganz gerne liegen lassen, aber wenn man auf so eine Disney, so Disney 90s Filme, wenn man das so mag, dann kann man machen. Also ich finde das nicht grausig, überhaupt nicht. Also der ist auf Netflix, habe ich das richtig? Der ist auf Netflix, genau. Also beide, Awake und Blue Miracle sind beide auf Netflix zu sehen und ich habe vor zwei Wochen eine Serie angefangen, die ich aufgrund der Europameisterschaft leider nicht mehr weiterverfolgen habe können, aber ich freue mich jetzt auf die zwei Spielfreien Tage, die vor uns liegen und werden wir das mal machen. Das ist eine Serie, die nennt sich The Movies und will dich gerade jemanden wie dir total ans Herz legen. Martin, ich habe mir die ersten, ich bin schon bei Folge 9, glaube ich. Ah, du kennst dich? Ja. Sehr cool. Also ich habe sie bei den Shownotes gesehen und mir gedacht, oha, noch nie gehört, schauen wir mal, was damit sie auf sich hat. Da habe ich gesehen, oha, das ist seit kurzem auf der ARD Mediathek. Richtig. Dann habe ich eine geschaut. Ich würde jetzt sagen, ich war gehuckt, weil dafür ist die Serie, finde ich nicht, also sie ist gut gemacht und interessant und alles, aber ja, dazu komme ich noch. Und dann habe ich, ja, aber so wie ich bin, ich muss immer alles fertig schauen, was ich anfange, auch wenn ich es nicht so cool finde. Okay. Und ja, jetzt bin ich eh schon fast fertig, genau. Es ist halt ein netter Überblick für jemanden, der jetzt nicht so fest in der Materie drinnen ist, aber sich ein bisschen einen Überblick verschaffen möchte, da kriegt man eigentlich ganz was Nettes. Aber es ist halt wahnsinnig amerikanisiert. Natürlich. Also es ist keine Rede von Kurosawa oder Miyazaki oder irgendwelchen Fellini, ist auch weit und breit nicht zu sehen. All die legendären ausländischen Franzosen, die Franzosen auch überhaupt nicht. Das finde ich halt schade, aber mit dem habe ich auch gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Es ist die Story Hollywoods. Und genau. Und deswegen ist es auch okay. Das ist noch das geringe, das kleinere Übel. Was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist für einen wie mich, der jetzt nicht, du hast dich auch noch nicht alle Filme gesehen, die da erwähnt werden, aber... Nein, aber meine Watchlist hat sich gefüllt. Ja, ich tue mir halt schwer, weil die Filme halt wirklich zum Großteil gespoilert werden und gesagt wird, wie sie ausgehen. Das ist allerdings ein bisschen richtig, ja. Das finde ich echt schwierig. Das stimmt. Weil ich weiß halt nie, okay, wie weit haben wir jetzt schon beim Film, kann ich jetzt schon überspringen, damit ich dann nicht weiß, wie es ausgeht und im Endeffekt bin ich da immer viel zu spät dran. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, wie der Graduate ausgeht und das finde ich halt jammerschade, weil der Film... Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das, doch, doch, es stimmt. Es ist eigentlich eine riesige Zielgruppenproblematik bei dieser Serie, so wie das du jetzt erklärst, gell? Es ist für wirkliche Filmnerds zu oberflächlich und für Casuals ist es zu voraussetzend. Ja, genau. Das muss man gewisse sagen können. Aber wie gesagt, wenn man so oberflächlich in diesem Thema so ein bisschen drinnen ist und vor allem so denkt, naja, welche Klassiker fehlen mir denn so, damit ich gewisse Sachen besser einordnen könnte, dann kriegt man da, glaube ich, schon einen recht netten Überblick auf jeden Fall. Ich will es auch jedem an sich ans Herz legen, der sich ein bisschen für Film und Hollywood und deren Geschichte interessiert und vor allem, es kommen auch sehr viele wichtige Personen aus der Filmgeschichte vor, was für mich... Das ist nämlich die Stärke, dass da teilweise wirklich Leute hervorkommen, auch seitens vom Kritikerwesen, die in sowas nicht erwartet hätten. Total. Also, da hat man... Und das macht es für mich sehr pinchhaft oder sehr addiktiv, deswegen bleibe ich auch dran. Man hat sich vor allem auf Seiten der Kritikerstimme sehr auf YouTube verlassen. Finde ich auch cool, dass man sich da wirklich auch Menschen aus dieser Community ein bisschen reingeholt hat. Cool. Also, ist fein, ist fein. Okay. Kann ich vielleicht noch zwei Sachen sagen, weil ich habe tatsächlich... Ich habe es noch nicht viel gesehen, aber zwei Sachen dann schon noch. Das habe ich dir eh schon geschrieben. Ich will mir heute noch unsere Aufnahme The Quiet Place Part 2 endlich anschauen. Ich freue mich auf deine Review. Ich kann es kaum erwarten, weil ich habe mir gestern den ersten Teil angeschaut. Als Vorbereitung auf die Fortsetzung natürlich, weil... Was sagst du dazu? Ich weiß, du bist nicht so hooked vom ersten Teil gewesen. Habe ich aus deiner Kritik damals... Ich meine, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das habe ich aus deiner Kritik entnommen auf Letterboxd. Du bist nicht so im Boot von den ganzen, die dem Film 10 von 10 geben und den für den besten Horrorfilm aller Zeiten halten. Nein, da bin ich absolut nicht. Der ist ja absolut abgegangen in den USA, glaube ich. Ja, richtig. Für das Budget und vor allem für den Regisseur, der davor... John Krasinski, ja, kennt man natürlich, aber der hat ja das Filmemacher noch nicht so viel grissen davor oder gemacht halt. Dafür war der halt ein richtiger großer Erfolg und ich verstehe es auch, weil die Handlung ist schon sehr unüblich und es ist halt vor allem in den ersten zwei... Wie sagt man das? Im first and second act ist der Film wahnsinnig spannend. Also er braucht wirklich wahnsinnige Spannung aufzubauen und man weiß halt nicht, was passiert. Vor allem die erste Szene, was da abgeht, ist wirklich... Puh, also Respekt, sich schon so früh in einem Film zu trauen. Das finde ich immer cool, wenn ein Film... Das hat mich ein bisschen an Game of Thrones in seinen besten Zeiten erinnert. Ja, stimmt. Und er hätte mir noch ein bisschen mehr das Horror-Genre drin erwartet, weil es ist schon viel mehr Thriller als Horror, finde ich. Ja, ist es. Auf jeden Fall. Das war aber ein bisschen nicht enttäuscht, aber ein bisschen überrascht, weil ich mir schon gedacht habe, ja, weil der Film wird sehr als Horrorfilm verkauft, obwohl es eigentlich nicht wirklich ist. Aber ich war, also ich würde nicht sagen positiv überrascht, weil wie du in deiner Review geschrieben hast, den Film muss man halt im Kino schauen, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe immer auf die DVD geschaut, auf meinem, nicht so kleinen, aber auch nicht Riesenfernseher. Ich habe aber keinen Beamer oder so. Vielleicht war es auch die Herangehensweise, dass jetzt also der zweite Teil draußen ist und damals hat man noch nicht gewusst, dass es einen zweiten Teil geben wird, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, vielleicht war da einfach die Voraussetzung ein bisschen eine andere, dass ich nicht komplett unkaut worden bin vom Film. Ich glaube, das ist es im Endeffekt, weil der Film per se hat bis auf das Ende, das mich ein bisschen Underworm zurückgelassen hat, nicht so viel falsch gemacht. Also es ist ein Film, der mir gefällt. Auf jeden Fall. Ich finde auch, da bin ich total, in deinem Team, ich finde nicht, dass der Film, das ist es, ich finde nicht, dass der Film wahnsinnig viel falsch macht. Ich bin nur eben nicht in dem Boot, dass man eben sagt, der kehrt unter die drei besten Filme des jeweiligen Jahres. No. Dafür hat er mal ein paar logische H2-Füll gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit einzelnen Charakterentscheidungen ein bisschen ein Problem gehabt, aber rein handwerklich, und das muss ich wirklich doppelt und dreifach unterstreichen, rein handwerklich ist das ein toller Film. Schauspielerisch, Emily Blunt ist hervorragend. Überhaupt keine Frage. Ja. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten. Ich bin... Hast du noch nicht gesehen? Er ist jetzt im Kino. Nein. Nein. Ich habe ihn noch nicht sehen können. Oh je. Aber vielleicht bei den anderen spielfreien Tagen. Ja. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja, jetzt sehe ich eigentlich einmal einen Film vor dir. Yes. Ist ja auch mal gut. Und ich habe mit Mare of Easttown begonnen, die ersten drei Folgen, mit der Kate Winslet, die Miniserie, die jetzt auf Sky ist. Ja. Genau. Würde ich mir auf jeden Fall geben, an deiner und an eurer Stelle, weil die kann man ja auch in Österreich problemlos schauen auf Sky, falls ihr es wissen wollt. Und Kate Winslet ist wie immer super. Die hat man jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, das ist ein Muss, finde ich, als Serien. Okay. Es erzählt nichts Neues. Es erinnert mich total an die Miniserie mit der Amy Adams, Sharp Objects, weil Amy Adams war davor auch nicht viel in Serien zu sehen. Plötzlich ist sie ein TV-Star in einer Miniserie und es ist genau das gleiche Konzept eigentlich. Kleinstadt-Feeling. Jeder kennt jeden. Irgendwelche Mysterien tun sich auf. Es ist nur ein bisschen mehr mit Detektivarbeit und dem allem verbunden. Was ist für mich, weil ich mag Krimis sehr gern und das ist auch super Krimi-Serie. Also ist, finde ich, ein Muss für jeden. Film- und Serien-Fan. Schauen wir uns an. Okay. Sehr cool. Sehr cool. Das ist doch mal ein Tipp. Ja. Fein. Gut. Ich würde sagen, gehen wir uns zum Hauptthema, oder? Yes. Machen wir das. Bist du bereit? Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was du da zu den Sachen zu sagen hast. Wir haben uns gedacht, genau nämlich heute, wenn der Podcast, oder es ist eine Podcast-Episode, muss man ja richtigerweise sagen, erscheint, sind es genau noch sechs Monate bis Weihnachten. Wir haben es schon fast mehr geschafft. Ich liebe diesen Feiertag. Es ist einfach so. Ich bin ein Christmas-Junkie. Trotzdem, also wir haben uns jetzt gedacht, als Aufhänger, machen wir das so, nachdem uns die Filmwelt ansonsten so typisch für diese Zeit ein bisschen mit Film-News doch im Stich lässt, machen wir für euch ein kleines Service. Wir haben schon sehr viele Filme, die jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten im Kino Staaten bereits gesehen, liegt daran, dass die Oscar-Verleihung heuer ein bisschen später passiert ist, wie normal, liegt daran, dass man sich in den USA mit gewissen Filmen einen Release-Pattern ausgedacht hat, der nicht wirklich freundlich für den europäischen Markt ist, hat uns aber die Möglichkeit gegeben, gewisse Sachen schon weit im Voraus zu sehen. Mit ein bisschen Prickseln in Bezug mit VPN und Credit Card ist das möglich gewesen heuer. Dementsprechend können wir da ein bisschen ein Service bieten, was kommt, was kann man sich sparen, auf was freuen wir uns, was können wir empfehlen. Und genau das machen wir jetzt. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, aber Martin, eine Frage, willst du jetzt wirklich über Oscar-Filme reden? Nein, den streifen wir. Ganz kurz. Jeweils Ansatz und fertig, weil mehr gibt es jetzt. Weil ich kann echt nicht mehr drüber reden. Nein, Ansatz soll man, soll man nicht. Fertig, das reicht, glaube ich. Also, weil es sonst wird, das sieht man morgen, oder? Na cool. Tatsächlich. Ich habe aber tatsächlich geschaut, was bereits aktuell im Kino läuft, von den Filmen, die wir gesehen haben. Also, Mortal Kombat läuft im Moment, den habe ich schon gesehen. Du schon? Nein, ich werde ihn mir, glaube ich, auch nicht anschauen. Aber mal schauen. Muss man nicht unbedingt. Ist aber sicher eine coole Zeit mit ein paar Freunde und ein bisschen ein Bier, passt das? Ja, okay. Wonder Woman 1984 ist gestartet. Den kann man sich definitiv sparen. Definitiv. Also, ich finde den dauerhaft. Aber das breite Publikum spart sich den Film halt nicht. Ja, leider. Leider. Das wäre aber eigentlich das Richtige, weil das ist eine Katastrophe. Es ist DC und das ist dann halt gleich das Richtprogramm. Ja, der Film ist eine Katastrophe. Also, ich muss das wirklich sagen. Ich war so, also, ich habe mich richtig, richtig geärgert. Das kommt selten vor. Ähm, A Quiet Place 2 hast du schon gesagt. Yes. Der läuft, Cruella, läuft auch im Kino. Jetzt kann man sich auch mal eben machen, kann man auch mal machen. Wird kein Geld ausgeben für das Kino-Ticket, aber okay. Ähm, der Mauretania läuft. Den hast du auch gesehen. Den du auch, oder? Ja. 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 Ansonsten dazu? Äh, sehr spannungsgeladen. Gute schauspielerische Leistungen. Schwerwiegendes Thema mit dem Gefängnis und so. Das hat mich ja sehr interessiert, muss ich sagen. Aber halt nicht originell. Ja. Ja. Same hier. Ähm, hat man schon ein paar Mal auch besser gesehen. Ich war damals sehr gehypt, weil man gehört hat, oh, das ist endlich wieder mal ein Film, wo die Jodie Foster richtig gut ist. Mhm. Sie ist auch gut. Aber der Tahar Rahim spielt ihr die Show, absolut. Richtig. In jeder einzelnen Szene. Genau so ist es. Und wie heißt sie, Charlene Woodley, gell? Genau, die nervt mich einfach nur in dem Film. Ja, die ist in jeder Szene. Eigentlich fragst du in jeder Szene, warum sie da ist. Aber okay, fein. Sie ist halt plattig weiß. Und mehr ist wirklich nicht. Also ich bin so, meh, lukewarm mit dem Film geworden, muss ich sagen. Ähm, was habe ich da noch? Chaos Walking, hast du den bereits gesehen? Das ist dieses Tom Holland Vehicle. Ah, mit der Ding, mit der Daisy, wie heißt es? Daisy Ray Ray. Ja, mit der Ray, ja. Nein, habe ich nicht, aber ich habe noch Schlechtes drüber gehört. Ich auch. Oh Gott, die Kritiken sind vernichtend. Achso, hast du ihn noch nicht gesehen? Ja, okay. Nein, und die sparen mir. Ich habe wirklich so einen Pattern, wenn ich dann wirklich gewisse Dinge her sehe, dazu, wenn wir dann zu einem Film noch kommen, wenn es dann in Juli geht, wenn ich gewisse Sachen und gewisse Kombinationen sehe, dann bin ich raus. Ich muss auch ehrlich sagen, ich werde jetzt gehatet werden für die Aussage, aber ich bin einfach kein Tom Holland Fan. Ich mag den Typen nicht. Uiuiuiui, großer Hate. Er geht mir so auf den Keks, ich weiß nicht. Es gab eine Zeit, wo man glaubte, dass Tom Holland so der nächste große Star würde, gell? Ja, aber es schaut schlecht aus für ihn, muss man ehrlich sagen. Ich würde an der Stelle wirklich einen Agentenwechsel vorschlagen. Ich glaube, der hat keine gute Hand. Nämlich nicht einmal, dass er schlecht wäre an den Sachen. Nein, gar nicht. Aber die Projekte sind nicht wirklich gewinnbringend im Moment. Mal schauen, vielleicht ändert ja Uncharted was an seinem Standing. Mal sehen. Let's see, let's see. Und Spider-Man halt. Let's see. Ja, natürlich, aber das ist eh schon gelaufen. Jetzt schauen wir mal, wie es überhaupt mit Spidey weitergeht. Wenn wir sehen. Bin klar. Gut, okay, schauen wir mal weiter. Die Woche, was habe ich gesehen? Freaky, habe ich gesehen, startet diese Woche. Das ist ein Körpertausch-Horror-Film. Eine Horror-Komödie mit Körpertausch-Elementen. Mit dem Vince Vaughn in der Hauptrolle. Aha. Und der ist cool. Okay. Das kann ich wirklich sagen. Ich habe großen, großen Spaß gehabt mit dem Film. Also da muss ich wirklich sagen, großer Tipp. Anschauen. Der ist echt cool. Der macht viel Spaß. Der ist richtig schön blutig. Der passt. Der ist ganz schön. Sagt mir gar nichts. Ja, unbedingt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme den gerne mal rein. Catherine Newton spielt die Nebenrolle. Und hey, cool. Ich habe da wirklich ganz, ganz fest gelacht in dem Film. Und der macht richtig Spaß. Du hast letztes Mal in der letzten Ausgabe angekündigt, du wirst Quo Vadis Aida sehen. War das der Fall? Ich habe schon das Ticket gehabt. Nur leider hat es mich dann nach Innsbruck zu meinem besten Freund zum Fußballschauen verschlagen, weswegen ich mir jetzt das Ticket aufgeben musste. Alles klar. Hast du irgendwas gehört von dem Film? Weil er startet nämlich genauso nächste Woche. Ja, also, ah, wirklich? Okay, dann werde ich das nächste Woche oder Polter mal nachholen, weil den Film will ja unbedingt schauen. Meine Mama hat ihn schon vor längerer Zeit gesehen, weil meine Mama ist eine alte, also meine Mama kommt dir in jeder Podcast-Folge vor und mich wundert es eh, dass sie erst nach 30 Minuten Ich wollte sie jetzt mal rauslassen. Wenn sie zur Rede kommt. Aber was soll ich tun? Meine Mama schützt immer alle Filme vor mir und vor einem breiten Publikum. Sie ist halt immer auf jedem Filmfestival oder sofern das halt möglich ist, weil das liebt sie. Und da ist einmal Quo Vadis Aida eben gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, da war sie eh irgendwo im Balkanbereich, muss es gewesen sein. Und ja, sie hat nur lobende Worte für den Film gehabt, wie eh so ziemlich jeder kommt mir vor. Also ich habe noch nicht viel Negatives drüber gehört. Viele sagen auch, dass der Film den internationalen Oscar gewinnen hat zu sollen. Rein qualitativ. Bin ich gespannt, ob das so steht. Oh, das ist aber ein Statement, gell? Ja, weil der Rausch ist ja auch mein Lieblingsfilm. Wow. Und das ist aber ein Statement. Okay, ich bin gespannt. Bin ich gespannt, ja. Er hat die österreichische Beteiligung, oder? Genau. Irgendwie ist der ORF, glaube ich, da in der Produktion mitverhoben oder involviert, glaube ich. Genau so. Irgendwie ist das. Spannend. Spannend. Ich bin gespannt. Ich schaue mir den auf jeden Fall an. Mal schauen, ob wir den noch herinnen in Kärnten, in Nordslowenien überhaupt zu sehen bekommen. Mal sehen. Sonst kannst du auch gerne nach Graz kommen. Jetzt komme ich nach Graz. So machen wir das. Juli. Da kommt jetzt schon viel daher. Wow. Wir haben einen riesigen Filmstau, vor allem im Juli, gell? Yes. Wenn wir uns da zum Beispiel jetzt gerade mal den 1. Juli anschauen, ich komme da gar nicht mehr mit. Das hat auf einem Computerfenster, also auf einem Window gar nicht Platz. was da alles startet. Deswegen holen wir uns gerade mal ein paar Perlen raus. Nobody habe ich bereits gesehen. Startet am 1. Juli. Sehr cool. Freue mich. Sehr cool. Sehr cool. Ilya Neishula, der Mann hinter Hardcore Henry. Ja. Das ist so ein typischer Männerfilm. Das ist cool. Bob Odenkirk. Eigentlich Comedian gibt da. A One-Man-Show. Stiller Recher. Ganz fein. Was habe ich da noch? Conjuring 3 habe ich gesehen. Mäh. Aber man kann ihn sehr anschauen. Ja, natürlich. 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 Aber ich glaube, das ist eine Sache der Erwartungshaltung, der Film. Total. Wenn man sich 1 und 2 erwartet, wird man total enttäuscht werden. Das kann ich hundertprozentig sagen. Aber ich finde die Vera Famiga sehr cool. Die ist eine coole und sehr unterscheidste Schauspielerin. Ich glaube, gerade dir dürfte der dritte Teil tatsächlich gefallen. Weil du auf Mystery Thriller stehst. Ja, total. Und du sagst, Jumpscares funktionieren nicht mehr. Ich glaube, das könnte ein Film sein. Ja. Auf jeden Fall. Okay, dann bin ich gespannt. Na cool. Gut. Hast du sonst aus dem Juli irgendeinen Film, wo du sagst, wow, der hypte mich? Den sollte man gesehen haben. Zu viel. Du bist gerade abgebrochen gewesen bei mir. Ah, okay. Sorry. Hast du im Juli irgendwas, also wenn man sich so anschaut, Godzilla vs. Kong, hast du den gesehen? Ich nämlich nicht. Nein, und ich habe, naja, ja doch, ich werde ihn mir wahrscheinlich anschauen, aber das ist ein Film, den man sich halt mit Freunden anschaut. Genau, richtig. Dann haben wir da noch, boah, ein ganz kontroverser, bitte, Cat Weasel. Schaust du dir den Film an, ist ein Otto-Film, also mit Otto Walkes. Ah, okay. Ja, das ist ein Trailer-Shot, ja. Ja, ich bin ja ein Riesenfein von den sieben Zwergen, das war immer so, das ist nämlich auch der gleiche Regisseur. Ah, okay, na, dann, weil, ja, okay, weil das war immer so ein Running Gag, dass der Papa und ich uns den dann zu Weihnachten bis vor 15 Jahren, jedes Jahr angeschaut haben, weil der halt immer klaffen ist, und jedes Mal war es immer so, so, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns das geben und das nie wieder, aber jedes Jahr war es immer so, ah, das sind ja die sieben Zwerge und jedes Mal hat man herzlich gelacht. Sehr schön. Aber, ne, dem werde ich eh umgehen, schätze ich mal. Okay, ich denke auch, ein Film, der ganz sicher umgehen wäre, ist Monster Hunter. Ja, same, same. Der läuft nämlich schon relativ, der ist, der ist, glaube ich, schon Anfang des Jahres in den USA tatsächlich gelaufen, auf VOD, gell? Und das ist also ein Kombi, gell? Paul W.S. Anderson, und Milajovic, mir ist es wurscht, wie nett die Milajovic ist und wie sympathisch und wie lieb, aber ihre Filme mit ihrem Mann gemeinsam seiner Zustand, gell? Das stimmt, da habe ich eh noch ein negatives gehört drüber, deswegen. Ja, das kann man gestohlen bleiben, das kann man gestohlen bleiben, wirklich, gell? Da bin ich, ja, ich würde vielleicht so ein, zwei Filme nennen, auf die ich mich schon recht frei, ja, kann man schon so sagen, würde ich mal behaupten. Das ist zum einen, die kommen erst Ende des Monats, glaube ich, zum einen ist es In The Heights, das Musical von Juan Manuel, nein, Lin Manuel Miranda, Lin Manuel Miranda ist Producer, genau. der unter anderem Hamilton auch geschaffen hat, den kann man sich auf Disney Plus anschauen, der ist, glaube ich, für jeden Musiker, Musical-Liebhaber, muss und The Green Knight, weil den haben schon sehr, den haben schon sehr viele Kritiker, die verfolgt, gesehen und sie durchaus positiv dazu geäußert, Besetzung ist top, Steph Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, also ist sicher ein Film, den ich mir geben werde, ob der jetzt der große Banger wird, das erwarte ich mir nicht, aber da hat man sicher gute Zeit, ich habe keine Ahnung, was mich mit dem Film erwartet, ich weiß nicht, was der Plot ist, ich weiß nicht, was für ein Genre, aber die Besetzung hat mich. Sehr gut, sehr gut, bin ich dabei, übrigens 22. Juli, gleicher Starttermin wie In The Heights, tatsächlich dein Film des letzten Jahres startet da offiziell. Der Rausch, tatsächlich, sehe ich auch gerade, cool, ja. Der startet, also das ist wirklich ein Film, den möchte man ganz, ganz groß und ganz, ganz prominent an der Stelle noch einmal positionieren. Super, ja, Weltklasse. Ansonsten, du hast vorher gesagt, Oscar-Filme brauchen wir nicht so wirklich behandeln, weil es ist einfach schon zu lang her und wenn hat es schon zu viel gehört davon, der Vollständigkeitshalber, Judas and the Black Messiah startet im Juli, dann Minari startet im Juli, Ende Juli, endlich, warum auch immer, aber wir kriegen ihn noch. Was haben wir da noch drinnen, was sehe ich da noch, was vielleicht interessiert, ja genau, am 29. Juli zum Beispiel habe ich in meinem Kalender ganz, ganz groß drinnen, old. Ich würde es nämlich dem Herrn Schamalan wirklich wünschen, dass der, dass der braucht. Ich würde es ihm wünschen. Hoffentlich übertreibt das nicht. Nein, aber der Trailer schaut voll geil aus, muss ich enterstellen, aber das ist bei ihm kein Maßstopp. Das ist bei ihm kein Maßstopp. Das haben schon die letzten Filme super ausgeschaut im Trailer. Und yeah, we know. Vertraut das Trailer nicht, das ist schwierig. Nein, das ist tatsächlich recht schwierig. Ansonsten, ja, Black Widow haben wir behandelt, das passt schon so. Der wird schon funktionieren. So, August. Ja. Schauen wir mal an Oscar-Filmen oder an bereits von uns gesehenen. Bild mir ein, Promising Young Woman kommt im August, aber ich sehe es gerade nicht auf Anhieb. äh, 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 ich auch nicht. ja, doch, 19. August. 19. August. Ich will nur so in einem Satz erwähnen, weil das ist auch mein Zweitlieblingsfilm aus dem letzten, oder aus dem Jahr. Ich habe in dem Jahr gesehen, aber er ist aus dem letzten Jahr. Ähm, ja, den muss man sich absolut geben. Das ist ein wichtiger Film, ein cooler Film, ein teilweise witziger Film, ein super Thriller, ein ganz anderer Thriller, ein intelligenter Thriller zu abwechseln. Nun kriegt man nicht so viel, ähm, vorgelegt in Tagen wie diesen. Äh, ja, ist für mich Pflicht. Also vor allem, als Mann sollte man sich den anschauen. Ich glaube, also ich büte mir ein, dass viele Leute, die nach dem Film denken werden, was habe ich da jetzt gesehen? Die halt überhaupt keine Selbstreflexion haben, ähm, no front oder so, aber, ähm, wenn man es checkt, was der Film uns sagen will, dann ist das, äh, Meisterwerk, finde ich. Das passt gut so. Absolut, absolut. Ähm, was ich auch gesehen habe, an, äh, Awards-Filmen, die wir schon konsumiert haben, der Vater startet am 26. August. Ah, okay, cool. Ja, das wird, äh, auf jeden Fall ein Pflichtbesuch, ja, an der Stelle sagen, falls, falls noch jemand noch immer nicht glaubt, dass Anthony Hopkins das, ähm, das, dass die Academy richtig gemacht hat, dann bitte einfach rein. Ähm, was ist sonst noch so im August? Ähm, Sporn, meiner Meinung nach, kann man sich am 12. August, ähm, startet Tom & Jerry. Ähm, das kann, alter Schwede. Hast du das gesehen? Ja, unglaublich. Bist du teppert, ist das schlimm. Aber cooler Family Film, oder? Nein, nicht einmal das. Aha. Also, jeder, der, jeder, der schon geklappt hat, die Schlimpfe sind schlimm, ähm, der, der wird, wird überrascht werden, wie schlimm es geht. Das ist, also unter jeder Kanone. Wirklich? Okay. So viel Negatives habe ich darüber noch gar nicht gehört, tatsächlich. Das ist unter jeder Kanone. Also das ist, ähm, puh, also, wenn ein Film Tom & Jerry heißt, und Tom & Jerry das egalste ist, was der ganze Film zu bieten hat, dann hast du ein Problem. Oh, oh, ja. Das klingt schlecht. Wow, und schau, Chloe Grace Moretz, ja, ich werde mit ihr nicht mehr waren. Sie hat das einfach nie bestätigt, dass sie, dass sie gut ist. Meiner Meinung, also es ist nur meine Meinung. Man hat sie nicht so oft gut gesehen, das ist absolut richtig. Aber, ey, das ist vielleicht jetzt ein Mann oder irgendwas, ähm, wow, und da, und da kommt mir jetzt noch ein Film, den sieg ich gerade, am 26. August, wo man schon, Candyman, oder welchen heißt? Den schauen wir sicher an. Ja. Den schau ich mir sicher an. Ich seh da aber auch Super Intelligence da drin. Oh Gott, bitte. Und zwar von Ben Falcon mit Melissa McCarthy. Und das, oh mein Gott, es ist, oh, weiter, weiter, schnell, weiter. Schnell, schnell, Ach der Scheiß. Schnell weiter. Aber ganz schnell. So, ähm, Lass mich mal so stehen, bitte. Danke. Genau, deshalb brauchen wir nichts dazu sagen. September, da hab ich bereits gesehen, Saw Spiral, den hab ich gesehen. Ähm, Review ist online, YouTube-Kanal und, ähm, Homepage, ja. Also, zwei Sätze, jeder der meint, dass man mit diesem Film irgendwas kriegt, was der Saw-Franchise noch nie gezeigt hat, vergesst es. Äh, Frage, Frage, ist der Chris Rock wirklich so miserabel in dem Film? Au, au, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich find ihn nicht gut, ich find ihn aber auch nicht katastrophal. Okay. Ja. Also, es ist, er ist halt da. Äh, er wirkt, er wirkt, also, was ich sagen kann, er ist kein anderes Feld besetzt, aber ich find ihn nicht katastrophal fürchterlich. Okay. Ja, okay. An der Stelle, na. Aber, wie gesagt, man hat so im, im, im Bild ab so gehört, wow, da, da ist jetzt eine Geschichte, die, die wirklich Substanz und die hat man so noch nie gesehen. Also, das ist auch so. Das Franchise ist halt irgendwie tot, muss man ehrlich sagen. Ja, für Fans wird's funktionieren, sag ich auch, ganz klar. Ja, es ist halt wie Fast and Furious irgendwie. Ja, der übrigens, gell, den haben wir jetzt bewusst nicht erwähnt, weil, who cares anymore, muss ich wirklich sagen. 23. September steht bei mir noch ganz groß drauf, da startet ein Film, über den ich ganz, ganz viel Gutes gehört habe, nämlich Helden der Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise Writers of Justice. Ah, ja, ja, mit Mats Mikkelsen. Vom Anders Thomas Jensen mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Auf den bin ich schon sehr gehypt, tatsächlich. Vielleicht schau ich mir das schon vorher an, weil September ist noch sehr weit weg. Da wird sich irgendeinen Weg geben. ja. Lass mich bitte wissen, wenn du den irgendwo entdeckst, weil ich habe ihn noch nirgendwo gefunden, natürlich. Der soll noch besser sein, als der Rausch. Hyped, hyped, hyped. Ja, eben, deswegen, also das habe ich natürlich auch gehört. Wir dürfen uns nicht auslassen. Dune am 16. Darüber haben wir schon sehr ausführlich im ersten Podcast, in der ersten Folge geredet, dass der Film einer ist, der das Kino retten kann, dass Denis Villeneuve einer der Regisseure ist, der das Kino retten kann. Ja, werde ich mir auf jeden Fall geben, auch wenn ich nicht der größte Sci-Fi-Fan bin, aber vielleicht ändert sich das mit Dune. Bin gespannt. Und dann natürlich Ende September endlich, ich glaube auch, dass es Ende September passieren wird, 007. Ja, wenn es jetzt nicht passiert, dann kommt er eh auf Amazon Prime. Ja, ja stimmt, das haben sie ja jetzt. Ja, tatsächlich, ja. Das wird jetzt eh, weil noch einmal verschieben sind sie ja nicht. Ah, kann ich mal nicht. Das war es dann. Der muss jetzt, der muss jetzt dann kommen. Oktober. Da muss man natürlich jetzt als Österreicher ganz kurz einen Film positionieren, weil der in der letzten Zeit, nämlich ich glaube sogar den Diagonale-Preis gekriegt hat, oder zumindest einen der Preise. Das ist ein Hochwald. Ja, Startet am 7. Oktober. Von der Evi Roman. Ich bin sehr gespannt, ich habe den Trailer gesehen und der schaut super aus. Der schaut richtig cool aus. Ich bin auch sehr gespannt. Da bin ich ja voll dabei. Ansonsten irgendwas, wo du sagst, wow, unbedingt? Unbedingt vielleicht nicht, aber das kann man durchaus erwähnen, weil da wird es sicher Zuhörer geben und Zuhörerinnen, die das cool finden. Last Duel. Ja. Von Ridley Scott. Ich meine, Ridley Scott hat seit 10 Jahren gefühlt keinen guten Film mehr gemacht, mit Ausnahme von der Marciana, aber wer weiß, das Film hat da einige Arse im Ärmel. Da kommen wir später auch noch dazu. Da gibt es nämlich noch einen Film, der dann im November, glaube ich, rauskommt. Okay. Der einschlagen sollt, nämlich House of Gucci. Oh ja, genau, stimmt. Ja, über den sprechen wir dann noch. Und The French Dispatch, der neue Wes Anderson Film. Der halt eins zu eins sein wird, wie seine letzten Filme, oder eins zu eins. Es wird halt The Grand Budapest Hotel in der französischen Version auf Englisch sein. Ich bin sehr gespannt auf den Film, wirklich. weil Wes Anderson ist auch so ein Spezialist, was das angeht. Der hat mich auch schon sehr gut erwischt. Hat mich aber dann auch schon nicht so erwischt. Der Grand Budapest Hotel ist mega. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ansonsten der zweite Teil von Venom kommt raus. Venom 2. Trailer ist fein. Das stimmt. Trailer ist cool. Das ist cool. Ja, schauen wir uns an. Ansonsten haben wir da irgendwas, was wir unbedingt noch anbringen sollten. Ten, ich sehe jetzt bei der Weile mal sonst nichts. Die großen Kracher, auf die jetzt, also ich will unbedingt schon loslegen mit November, weil da kommen dann echt die ersten, also nicht die ersten, aber halt richtige Banger, finde ich. Ja, dann let's do this. Nämlich der, ich bin da glaube ich nicht der Einzige, aber das ist tatsächlich mein most anticipated movie aus dem Jahr. Last Night in Soho. Ja, 11. November. Der Trailer hat mich absolut erwischt. Ja. Und ich kann es echt nicht erwarten, den Film zu sehen. Edgar Wright ist ein super Filmemacher, der auch nicht genug wertgeschätzt wird, für seine eigene Art, Filme zu produzieren und zu inszenieren. Ich hoffe, dass er tatsächlich mit Last Night in Soho vor allem hat er mit der Anya Taylor-Joy wahrscheinlich die Schauspielerin, die momentan am meisten durch die Decke geht. Ja, ist die Inform. Wenn man es im FIFA-Spräch hat, ist das die Inform-Actress. Ja, ja. Team of the Year. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist der Film, wo ich wirklich sage, mit dem er draußen ist, bin ich am ersten, sitze ich am ersten Tag im Kinosaal. Mhm. Sehr schön. Am gleichen Tag startet halt auch Ghostbusters Legacy. Also das wäre dann wahrscheinlich ein Double Feature. Gehe mal davon aus. Ja, ich bin eh Originalbesitzung und Paul Rudd. Das stimmt. Schauen wir. Ammonite. Haben wir noch einen Oscar-Film, der im November startet. Wow. Sehr cool. Hast du den gesehen? Nein. Ammonite. Ammonite. Der war bei den Globes, glaube ich, war der groß. Der ist von Francis Lee gemacht mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Das ist so ein Porträt einer jungen Frau in Flammen auf Hollywood. Ja, voll. Aber der war nie für irgendwas nominiert, tatsächlich, glaube ich. Ja, der war so im Sprech. Der war irgendwo so drüber. Und das hat alle schockiert oder es haben alle erwartet bis vor einem halben Jahr, dass der komplett die Preise für die Darstellerinnen abräumt. Aber irgendwie hat man nichts mehr davon gehört. Ich glaube, das war dann tatsächlich so, dass einige Leute dann gesagt haben, naja, schaut mal den anderen Film. Und dann haben viele gemerkt, naja, okay. Vielleicht ist das so ganz gut. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso der noch einen Kino startkriegt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, so spät vor allem. Keine Ahnung. Das kapiere ich überhaupt nicht. Weil, also. Whatever. Okay. Und was haben wir denn noch? Eben, House of Gucci. House of Gucci am 25. Das ist, da geht es um, da geht es um eben Gucci. Ich kann, ich habe leider den Vornamen vergessen. Gespielt vom großartigen Adam Driver, der sicher auch einer der most in-formen Schauspieler ist der letzten Jahre. Und der hat das Jahr, glaube ich, drei Filme am Start, die groß rauskommen zu könnten. Und wieder von Ridley Scott inszeniert. Also Ridley Scott, wenn er dieses Jahr nicht liefert, könnte er seine Karriere beenden, würde ich sagen. Ja, und wäre aber auch okay aufgrund seines Alters im Grunde. Dann könnte er eigentlich mal sagen, ja, ich lasse es jetzt einfach. Und die Protagonistin ist die Lady Gaga tatsächlich in dem Film. Da will ich sie irgendwie an Gucci rächen. Ich weiß nicht, ich kenne die genaue Handlung nicht, aber das klingt intriguing. Auch vom Cast her, weil da sind noch andere, einige Kaliber drinnen. Jared Leto, Al Pacino. Also, ja, bin gespannt. Habe ich da irgendwas falsch gespeichert im Hinterkopf? Vielleicht kannst du mir helfen. Ist das nicht eine Netflix-Koproduktion? Ist das so? Weil ich habe irgendwo im Hintergrund gespeichert, dass der in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Jetzt, was du sagst, könnte es tatsächlich sein. Wurscht, aber auf jeden Fall kriege ich einen Kinostart und das finde ich cool. Genau, das wäre super. Was sehe ich denn da noch? Top Gun 2, wenn es dich interessiert, von Joseph Kaczynski, mich interessiert es. Ich bin da dabei. Ich bin da dabei. Und vor allem auch nicht nur Tom Cruise, sondern Miles Teller, Jennifer Connelly. Wieder mal. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Kann was. Und am selben Tag wie House of Gucci startet Encanto. Das ist ein Disney-Animationsfilm von Lin-Manuel Miranda co-produziert und die Musik ist von ihm. taucht ab in kolumbianische Folklore. Ja. Ja. Never underestimate Disney. An der Stelle. Würde ich auch nicht sagen. Auch wenn sie in letzter Zeit ein bisschen nachlassen. Schwierig. 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 Ich hatte auch mit Raya meine Probleme. Darf ich an der Stelle sagen. Luca war wieder gut. Luca wird wieder besser. Bekehrt. Luca war, Luca ist ein Pixer. Ja. Ach so. Ja, stimmt. Und der ist, also er ist auf jeden Fall viel besser wie Raya. Aber auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall besser. Wenn er auch nicht die Klasse hat von ihren letzten, meiner Meinung nach, verscheidene Meinungen. Das sagen aber alle. Kommt mir vor. Ist das so? Ich habe mich da gar nicht so wirklich reingelesen. Sehr viele sagen das bis auf den Daniel Schrecker, der den Film liebt, aber der hat auch kleine Kinder. Vielleicht ist das der Grund. Das kann durchaus sein. I don't know. Das kann durchaus sein. Da schauen wir noch ganz schnell. Dezember gibt es noch nicht viel. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Da gibt es noch nicht so, so, so viel. Da gibt es zwei, drei kleine Sachen. Haben wir eh schon angesprochen. Tatsächlich West Side Story. Wir kriegen ein, ja, ich auch nicht. Gar nicht. Wir kriegen No Way Home. Spider-Man 3. Ah ja. Stimmt. Hyped. Apropos Tom Holland. Ja, aber auf den bin ich sehr, sehr gespannt, weil mir tatsächlich Far From Home sehr gut gefallen hat. Das ist auf Netflix, habe ich sehr gehört. Ja, der hat mich nämlich tatsächlich gehollt. Ich war bei Homecoming so lukewarm, aber Far From Home hat mich erwischt. Echt? Den habe ich cool gefunden. Weil mir kommt vor, viele kritisieren Jake Gyllenhaals Charakter in dem Film. Echt? Ja. Wow, ich finde den cool. Okay. Okay. Aber so unterscheidet sich das. Finde ich super, dass du ihn cool findest, weil Jake Gyllenhaal ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Dann ist er mal, ja. Lass den Jake in Ruhe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gibt es ihn auch. Was kann ich auch? Aber ganz ehrlich, er hat sich nicht aufgedrängt in den letzten Jahren. Finde ich. Das stimmt. Fiehst du es anders? Nein. Also nach Prisoners ist er nicht mehr, nach Nightcrawler ist er nicht mehr wirklich viel gekommen. Tatsächlich von ihm. Ich habe noch vor zwei Jahren, glaube ich, hat er mit Stronger versucht, so. Ui, ui, ui. Aber hast du den gesehen? Nein, aber er ist nicht schlecht in dem Film, habe ich nur gehört. Oh, er ist super. Er ist super. Der Film nicht. Der Film hat mich nicht erwischt. Okay. Ich weiß nicht, aber ich bin da sehr allein. Ich weiß, ich bin da sehr alleine. Aber mich hat der kalt gelassen wie mir hat der kalt gelassen wie ein Eislutscher. Ich weiß nicht, das ist ganz, ganz komisch. Wir kriegen ein Weihnachtsgeschenk. Matrix 4, sehe ich da gerade. Kommt am 23. Dezember. ist das, sprich mit mir. Ist das was, wo du sagst? Der originale Matrix, natürlich ohne Frage. Wahrscheinlich, der ist auch ethnisch schlechthin für die meisten, wenn sie den das erste Mal sehen. Aber danach geht es halt steil bergab und ich glaube halt auch nicht, dass das viel besser werden wird. Aber es ist natürlich ein Film, den man sich anschauen muss. fast fast. Ja. Also natürlich werde ich mir dann zu Gemüte führen, das ist keine Frage. Ja. Es ist nur, ja, die Erwartungshaltung ist ganz, ganz gering. Ich denke halt schon auch. Ich muss ehrlich sagen, wenn es dann so weit vorgeht, wenn man nicht einmal einen Trailer kennt oder irgendwas, dann bin ich echt schon ein bisschen raus an der Stelle. Ich sehe da nur eben gerade so ein paar Besetzungen oder zumindest Regisseure oder so. Also ich weiß nicht, Kenneth Branagh mag ich gern, der macht einen Film namens Belfast mit Jamie Dornan und Kieran Heinz. Kann cool sein, aber ja, da kann man nichts dazu sagen, finde ich, an der Stelle. Schauen wir mal. Werden wir sehen. Sing 2 kommt tatsächlich. Ah, okay. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall genug Filme, auf die man sich freuen kann. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben einige, vor allem die Oscar-Contenters gesehen, Nomadland startet, jetzt dann endlich dann ganz, ganz groß und wie gesagt Judas und Minari etc. und so weiter. Ja. Ganz schnell, weil über das haben wir tatsächlich nicht geredet und ich glaube, wir zwei gemeinsam auch nicht und ich kenne deine Meinung nicht, deswegen hole ich sie gerade in den Ansatz. Judas and the Black Messiah, yes or no? Haben wir schon drüber geredet. Ist das so? Nämlich in unserem Oscar-Talk. Aber da haben wir eher über den Daniel Kaluya geredet, glaube ich. Richtig, richtig, genau. Ja, die Darsteller sind Wahnsinn. Also natürlich Kaluya über alle zu stellen, aber auch Lucky Stanfield ist überraschend gut. Also der ist, nein, was weiß ich, warum überraschend? Der war in den letzten Tagen auch immer gut, wo er dabei war. Ja, der Film ist halt sehr klassisch aufgebaut, finde ich. Schaut super aus. Es ist ein bisschen zu dunkel, aber nein, also der Film hat mir sehr gefallen. Ich habe ihm 8,5, glaube ich, von 10 Punkten gegeben. Das ist durchaus sehenswert. Fair. Ja, da sind wir am gleichen. Minari haben wir auch schon gesprochen, damals. Ja, der Film Minari ist ein Film, den man sich mit der Familie sehr gut anschauen kann. Da geht es auch mit einer guten Stimmung. Genau, richtig. So, falls ihr zu gewissen Filmen, die jetzt starten, die wir schon gesehen haben, noch längere und größere und ausgefeiltere Meinungen hören wollt, dann bitte schaut es vorbei auf unserer Homepage www.utss.at beziehungsweise auf unserem zugehörigen YouTube-Kanal Under the Silver Screen. Da ist alles für euch bereits hergerichtet, aufbereitet und ja, wir aktualisieren das so zu den Kino-Starts, dass ihr da jeweils an der Startseite dann die aktuellen Reviews schön findet, von den großen Starts, falls wir die bereits gesehen haben und wie gesagt, auf der Quiet Place 2 Review war die, gell? Ja, kommt sicher in die Wochen einmal. Sehr, sehr schön. Jetzt zum Abschluss haben wir wieder unser feines, kleines Top 3 Format. Da bin ich jetzt ja wahnsinnig gespannt. Hast du dir da was hergerichtet? Ich habe mir ein bisschen Schwartan mit der Vorgabe, die besten Männerfilme, was definiere Männerfilme. Ja, das werden wir jetzt gleich machen. Also, wir haben uns nämlich gedacht, nachdem am 22. Juni, also ein paar Tage jetzt zu Schluss, davor, wird in den USA der Stupid Guy Thing Day gefeiert. Das ist tatsächlich so ein Feiertag, wo quer durch die Medien so ein bisschen prominent positioniert wird, welche dummen Sachen Männer manchmal machen. Und da haben wir uns natürlich gedacht, das ist ein bisschen neuliegend, um ganz kurz über unsere drei Lieblingsmännerfilme zu sprechen. Männerfilme würde ich jetzt mal ganz schnell so positionieren und schnell erklären. Filme, die vor allem dann funktionieren, wenn du ja, wenn du viel Testosteron in dir trägst und da gute Stimmung mitbringst. Vielleicht am ehesten so. Dann habe ich mich in meinen Pics vielleicht ein bisschen vergriffen. Aber schauen wir mal. Wie hast denn du das interpretiert? Das ist ja durchaus spannend. Ja, ich habe mir mal angeschaut, wer sind die Protagonisten? Sind es hauptsächlich Männer? Okay. Sind Männer klar in der Übersau beziehungsweise klar tragen sie die Story und stehen klar im Fokus? Aha. Genau, das war so das, wie ich mir das verstanden habe. Das ist doch super. Fein. Start mal rein mit deinem ersten. Was hast denn du für einen Aussag von dir? Also der Männerfilm schlechthin für mich ist Fight Club. Oh ja, sehr schön. Den würde ich total als Männerfilm unterschreiben. Ja, weil die machen nicht unbedingt gescheite Sachen. Der ist von Testosteron geprägt wie kein anderer Film. Ja. Ja, das ist für mich keine Diskussion, dass das der Männerfilm schlechthin ist tatsächlich. Das war der erste, an den ich gedacht habe, als ich das gelesen habe. Ja. Es ist vielleicht jetzt der lustigste Film. Er ist durchaus lustig bei manchen Passagen, vor allem wegen Brad Pits Charakter, aber der Film ist halt, ja, zu Fight Club braucht man nicht mehr viel sagen. Ich glaube, jeder, der Filme mag und dann den Podcast hört, der mag halt auch Menschen, die den Podcast hören, mögen Filme und deswegen kennen sie auch Fight Club und deswegen muss man dazu einfach nicht mehr viel sagen. Ich glaube, damit in der Meinung werde ich von ziemlich allen bestätigt, dass das einfach ein Film voller, ja, voller Ohrschlöcher eigentlich ist, wenn man ehrlich ist. Ich denke, das passt schon so. Kleines Trivia auf der Seite, die Ohrfeige ist real, die der Brad Pitt da passiert. Das ist tatsächlich ein sehr bekannter Trivia-Fact schon, dass der David Fincher so wollte, dass der da wirklich eine geknallt kriegt. Ja, super, Fight Club, sehr cool. Wann das letzte Mal gesehen? Letztes Jahr im Sommer. Bei mir ist das schon ein bisschen leer, ich sollte ihn definitiv wieder einmal anschauen. Dann haue ich gleich meinen ersten raus. Ich habe das wirklich so ein bisschen so interpretiert, wenn Männer einfach Filme, wenn so an Terminus, ich bin mit dem zweiten Teil der Rambo-Reihe gegangen, Rambo 2. Ah, okay, so sind wir da aufgestellt. Also Rambo 2 ist einfach der, sagen wir, einen testosterongefüllteren Film wie Rambo 2. Das ist einfach, das ist Hirn aus und einfach eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit, der gefällt. Ich weiß, ich möchte jetzt da keine große Diskussion an der Stelle aufmachen, weil ich glaube, da setzt man sich sehr leicht in die Nesseln, aber da hätte ich dann tatsächlich sehr, sehr gerne mal eine weibliche Stimme gehört, was Frauen zu dem Film sagen. Weil ich glaube, das ist fundamental anders, wie ich den sehe. Ja, ist wahrscheinlich. Frage mal deine liebste Frau Mama und sag mir das bitte, das würde mich echt interessieren. Also, Rambo 2 ist ein komplett anderer Film wie der erste Teil und ist auch genau das, was man sich von so einem Film erwartet. Also, das ist einfach cool. Punkt. Kann ich immer wieder mal anschauen. Dein zweiter. Ich tue mir das echt schon, weil ich glaube, dass ich das komplett missverstanden habe. Das macht ja nichts. Aber Fight Club war einmal der safer Pick. Jetzt komme ich mir etwas ein bisschen unkonventionellere, würde ich sagen. Der Film ist nämlich kurz auf Netflix erschienen und deswegen denke ich mir, dass man dem dann gleich einen Shot geben könnte. Denke ich mir. No Country for Old Men. Das ist für mich auch klarer Männerfilm, weil nur Männer im Vordergrund stehen, Männer, die sich hintereinander her sind. Ich meine, gut, es gibt natürlich den einen Charakter, der ein Psychopath ist. Dann gibt es den anderen, der sein Leben nicht mehr im Griff hat und mit dem Geld, das er jetzt gefunden hat, groß rauskommen will oder keine Ahnung, was sein Ziel ist. Das erfährt man über den ganzen Film irgendwie nicht. Und dann gibt es den alten Sheriff, der den Titel des Films, der bis zum Schluss eigentlich unklar ist, finde ich. Damit spielen sich die Coimbrüder ein bisschen. Gespielt vom hervorragenden Tommy Lee Jones, der halt ein bisschen so am absteigenden Ast ist und sich schon in der Rente sieht und nicht mehr weiß, ob er mit den ganzen Ereignissen, die um ihm herum passieren, mithalten kann. Das sind alles so Facetten, finde ich, die Männer mit sich tragen, jeglichen Alters. Außer der Psychopath, der ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Na ja. Vor allem in der Form. Aber das hat es durchaus auch schon gegeben. Ja, das soll so sein. Nur mit einer fescheren Frisur vielleicht, als der Javier bei dem. Wow. Dünnes Eis. Aber na, für mich ist das so drei Männer unter sich, die sie halt in verschiedenen Stadien aufhalten, aber doch so nah beieinander sind. Ich finde den Pick super, Sebi. Ich finde den Pick echt super und ich finde das auch super, dass du das so interpretiert hast, wie du das interpretiert hast. Das finde ich tatsächlich echt cool. Das finde ich wirklich cool. Na, ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Deswegen. Ja. Muss man sich anschauen. Muss man sich anschauen. Ist so ein Film, wenn man Kohen hört, erwartet man sich vielleicht ein bisschen was anderes. Ja. Aber, ist ein Meisterwerk. Ich finde den ganz, ganz großartig. Ja. Ganz, ganz großartig. Okay, mein zweiter Pick. Jetzt gehen wir wieder auf die typische Testoteron-Seite. Ich liebe, I love me some Grindhouse. Gell? Deswegen habe ich mir das einmal kurz überlegt, ob ich vielleicht einen dieser zwei Filme der Grindhouse-Reihe da reinhauen soll. Ich bin aber tatsächlich mit Maschezi gegangen. Machete, wie auf Deutsch heißt es so dumm. Danny Trejo, ich finde den Film super. Kennst du den? Na, irgendwie nicht. Du kennst Machete nicht. Um Gottes Willen, sehr wie nachholen. Nachholauftrag. Das ist, Alter, das ist ein super Film. Der ist von Robert Rodriguez. Aha. und wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, dann weiß man natürlich, was man dort bekommt. Das Ganze passiert auf einem Fake-Trailer, der damals vor, vor was ist der gelaufen? Vor welchem Film ist der jetzt gelaufen? Ah, Tropic Thunder, glaube ich. Aha. Der ist davor gelaufen, glaube, oder war das ein anderer? Nein, nicht Tropic Thunder, Blödsinn. Nein, das war vor Grand House, vor Planet Terror ist der gelaufen. So ist es. Das war ein Trailer, der vor Planet Terror gelaufen ist und der ist so gut angekommen, bei den Leuten, die haben irgendwie so rückgemeldet, war das ein cooler Charakter, von dem möchte man mehr sehen, eigentlich. Und dann hat sich da Robert Rodriguez hergesetzt und hat da einen Film dazu geschrieben. Und den haben sie gemacht, hat er schon einen zweiten Teil gekriegt, der ist nicht mehr so gut, aber der erste macht wahnsinnig viel Spaß, der ist brutal, der ist grausig, der ist lustig, das ist einfach nur cool. Also ich mag den Film wahnsinnig gern. Cool. Macheitzi. Okay, dein dritter, bin ich sehr gespannt auf deinen philosophischen Zugang. Ich bin, nein, ich schließe mich jetzt die ja neidlos an, weil wo wir schon bei Robert Rodriguez sind, von das Tiltdown, ist ja wohl der klassische Benderfilm. Absolut. Also, ich hätte was anderes gehabt, da stehen wir in den Shownotes, das wäre der Herr der Ringe gewesen, aber das wäre nochmal eine andere Ebene, eine Philosophie gewesen. Ui, 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 ja, okay, oh, spannend. Ich lasse es lieber jetzt mit den Kontroversen so gegen Ende hin, nein, weil da hätte ich die jetzt contestet, weil da würde ich tatsächlich sagen, dass gerade die Frauenrollen in dem Film eigentlich sehr, sehr interessant sind. Aber, lassen wir es bei From Dusk sehen, ich finde, die einzige Schwäche der Trilogie, der Herr der Ringe Trilogie, sind eben die Frauenrollen tatsächlich, deswegen, Findest du? Aber das, das geht sich jetzt nicht mehr aus, Martin, das können wir gerne in eine extra Episode. Das müssen wir, oh, das müssen wir bei eigenen Episoden machen. Wir müssen wirklich mal eine Herr der Ringe Episode machen, weil, ja, Absolut. Ich bin auch ein großer Fan. Ja, Absolut. Jedenfalls, From Dusk Till Dawn, ja, gut, Quentin Tarantino, man sieht eben nicht so viel, oder viel Schauspieler, also man kann sich nicht an viele Rollen von ihm erinnern, aber wenn, dann ist es wahrscheinlich die, mit dem George Clooney zusammen, das, ja, George Clooney ist sowieso die Männerfigur, das Männersymbol schlechthin in Filmen, würde ich sagen, also wenn man jetzt nach Männerfilmen geht, neben Actionstars wie Tom Cruise und Sylvester Stallone, vielleicht, ja, das ist einer der wenigen, einer der wenigen Männer, wo man sich als Mann nicht schämen muss, wenn man sagt, das ist ein cooler und attraktiver Typ. Total, da kann man, und er ist mega sympathisch, also ich mag ihn auch vom menschlichen her, also von den Interviews und so, ich finde, er ist ein cooler Typ. Egal, jedenfalls From Last Till Dawn, ja, es ist halt ein Vampirfilm irgendwie, es ist komplett all over the place, der Film ist eigentlich gar nicht so gut, aber er ist halt Entertainment pur, und der Sexual Tension in dem Film ist halt, ja, und genau das ist, das vereint ihn mit Machete, meiner Meinung nach, das ist eigentlich das sehr ähnliche Film, also wenn dir der gefällt. Robert Rodriguez ist wahrscheinlich, das Genre, maßgeschneidert oder, ja, das beweisen die zwei Filme anscheinend, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Mein dritter, den können wir jetzt ganz schnell machen, weil, den haben wir schon vorher mal ganz kurz angeredet, wie bei One Nobody gesprochen haben, Hardcore Henry, hab ich als Nummer 3 da, kennst du ihn? Kennen ja, gesehen, na. Ist ein Film, der schwer zu ertragen ist, deswegen, weil er wahnsinnig flott ist, es ist ein Action-Thriller, der aus der Ego-Perspektive daherkommt, also du verfolgst eigentlich, der geht so gute eineinhalb Stunden, gedreht so a la GoPro-Style, ja, also du siehst alles aus der Ego-Perspektive, was da passiert und das ist flott, das ist fast ein bisschen Videospiel, schon, ich glaube, so wird es ungefähr ausschauen, wenn jemand hergeht und sagt, man nimmt ein modernes Call-of-Duty-Setting und nimmt das als Leinwand-Konzept daher, dann kommt es genau dorthin. Das ist John Wick meets Call-of-Duty und das Ganze aus der Ego-Perspektive, das ist pures Adrenalin, du bist fertig nach dem Film, wirklich, aber der macht schon gut Spaß. Okay. Der macht gut Spaß. Stimmt, John Wick haben wir eigentlich vergessen, das ist ja ein Männerfilm pur, wenn wir ehrlich sagen. Das ist allerdings richtig. Wurscht. Aber siehst du, schau, die besten Ideen kommen meistens mitten im Aufnehmen. Ja. Gut, ja, somit sind wir auch schon wieder am Ende, tatsächlich. an alle, die noch immer mit dabei sind, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es war eine coole Episode, Servi, danke für deine Zeit. Bitte immer wieder gerne, war wie immer sehr cool. Ich würde schon sagen, heute machst du mal die Abmacht, heute darfst du das einmal machen. Oh je. Sonst machst du das immer ich, das ist immer fad. Nein, mach schon da, ich bin jetzt nicht drauf eingestellt. Ja. Also, aber das nächste Mal dann. Das nächste Mal machst du ein Intro, Abmacht, etc. Also, gut, meine Lieben, danke noch einmal, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer bevorstehendes Kinofest. Ja, ja, und bei weiteren Infos noch einmal an der Stelle der Plug. Ganz, ganz gerne vorbeischauen auf unserer Homepage www.ucss.at und an der Stelle verabschieden wir uns von euch. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Baba.